Hey meine Damen und Herren, was geht? Heute gibt es einen kleinen Stream-Ausschnitt, einen kleinen Stream-Highlight und zwar haben Papu und ich Journey to the Savage Planet gespielt. Ein Game, was absolut gestört aussieht und auch basically gestört ist. Die Grundidee des Spiels ist ganz selber neu, ihr seid auf dem Planeten gelandet, ihr müsst den Savagen, ihr müsst alles zerballern, ernten, erkunden, ihr seid ja abgestürzt und müsst wegkommen. But how? Na, und dann auf einmal ist der Planet doch bewohnt. Na, ist, äh, ist, ist crazy. Na, viel Spaß dabei und haben noch einen wundervollen Tag. Hallo, meine Lieben, Freunde, wir kommen zu einem weiteren Video hier auf Maxims Kanal. Ja, danke. Es ist ein tolles Spiel, wir spielen Journey to the Savage Planet zusammen mit Papu. Es geht los. Es geht los. Scheiße. Profil wird gespeichert, Kampagne wird gespeichert. Alter, ich seh dich. Wie du siehst mich. Ich seh dich im Bett. Oh, also ich seh grad nur einen Wackelkopf. Wackelt der gerade? Ja. Oh, der redet mit uns. Oh! Das ist nen... Wie? Also, das hab ich so lange nicht mehr gesehen. Das hab ich bei Wing Commandos letztes Mal gesehen, wo legit Menschen geschauspielert haben für Games. Ey, ich folg links. Ach so, okay, alles klar. Oh, lol. Warte, komm mal her. Ich hab einen wichtigen Move rausgekriegt. Warte. Ich kann dich einfach slappen. Ich hab jetzt nur noch... Ich hab nicht mehr so viel Gesundheit... Oh, ich hab dir damage gemacht. Wie hast du mich geschlagen? Wie? Oh, nein. Hast du genug? Jetzt ist verprügelt dich, Maxi. Dodge. Das ist ein gutes Game-Sofar. Oh, was? Dann würde ich da jetzt mal Bitch slappen. Alter, wir haben ja vor die ganze Pflanze weggeslappen. Oh Gott, das sind Gegner. Die slappen wir alle. Oh, die ist weg. Oh, der ist geplatzt. Ich kann... Ich kann auf jeden Fall E machen. E zum Schlagen und Treten. E gedrückt halten für Kraftschlag. Alter. Der hat mich gehauen. Oh, der ist so cute. Oh, wie er geplatzt ist. Nice. Das ist so disgusting. So, ich hab mir jetzt Essen gegönnt. Kann ich mir das auch essen? Ich würde es geil, dass man einfach vor einem stehen kann und einfach so... Einfach nur... Einfach nur... Ey, hau dich rein. Pass auf, Bruder. Pass auf, Bruder. Pass auf, Bruder. Pass auf, Bruder. Aber wie werfe ich denn jetzt die Granate? Weiß ich auch nicht. Das Spiel hat doch nicht gesagt, oder? Mit Kuh vielleicht? Ah, mit Kuh. Okay. Mit Kuh wirft man die Granate. Und was macht die? Oh, warte mal. Der frisst das jetzt. Oh, süß. Können wir den jetzt tappen, oder was? Muss man jetzt ein Foto machen? Ich weiß es nicht. Der hat geschissen. Aua, brauchst du das? Ja. Du hast jetzt Futter auf dem Kopf. Das heißt, die essen mich jetzt? Oh mein Gott, der schlägt nicht. Kohlenstoff plus 10. Okay, hier, friss das Essen. Okay, also die slappen hier ein bisschen zu sehr gerade. Auf die kleinen Vögel zu treten. Warte mal, die haben mich getreten. War angefangen. Äh, wir kommen weiter. Also hier, hier ist ein bisschen knifflig. Mal Bitch slappen? Okay. Ich versuch's mal mit Essen. Das funktioniert nicht. Ich hab eine neue Höhle gefunden. Komm mit. Follow me. Oh, ja. Ja. Wir sind wirklich... Hallo. Ich hab mein Gesicht geworfen. So, hinhocken mit C. Oh, Klassiker. Das ist unser Teil. Nee, das glaub ich nicht. Doch, doch. Das ist noch scannen. So. Frei zum Herstellen. Nomadenpistole. Da seh ich mich. Drucken. Boah, krass. Warte mal, du hast das jetzt gemacht? Ja. Ich hab's bekommen. Ja, wir haben's beide bekommen. So, wir haben jetzt beide eine Weapon. Das heißt, wir können es ab jetzt auch gegenseitig abschießen. Perfekt. Nice. Bist du schon... Bist du draußen? Ich bin jetzt draußen. Das hat ein bisschen gedauert. Rechten die Schaden, oder? Ich hab ordentlich Schaden gekriegt, ja. Zack, 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 zack. Alter. Hä? Ja, ich würde vorschlagen, wir schießen erstmal alles kaputt, oder? Ja, find ich gut. Ich würde auch erstmal auf alles draufschießen. Wir sind Colonizer. Oh, lol. Die benutzen die Dinger. Dachte ich mir schon. Wir können auf diese... Guck mal. Wie kann ich markieren? Alter, das Auge. Okay, also einige Gegner haben eine überkrasse Tendenz zum Explodieren, by the way. Wo bist du eigentlich? Ich seh dich nicht mehr. Das ist irgendwo im Norden, oder? Oh! Alter, ich brauche Hilfe. Guck mal, da hinten ist auch noch irgendwas. Das ist auch ein Level. Ist das ein Level? Ich glaub mal hier übers Eis. Alter, mein Controller hat grad vibrated des Todes. Oh, oh, Monster! Können wir eigentlich irgendwie blocken, oder so? Aim on point. Alter, das ist voll schön. Jetzt mal no shit. Sieht echt cool aus. Oh, shit. Wir sind jetzt in Ionia. Was ist eigentlich unsere Mission? Unser Missions-Ding ist trotzdem das zu erkunden, ne? Alles zu töten, was sich bewegt. Oh, lol! Ja! Alter, den Hühnern ist ja recht viel Loot drin. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach straight dahin, oder? Und schießen auf dem Weg alles ab. Ja, ja. Wir schießen alles ab. Wir töten jeden, der uns in die Quere kommt. Denn immerhin sind wir der Besitzer dieses Planeten jetzt. Wirklich so, wir sind jetzt, wir waren als Erster hier. Okay. Maxim, bleib mal ganz kurz stehen. Ich will nur was ausprobieren, okay? Probier. Ja, aber, hä, muss ich dann irgendwie? Au. Okay, ich hab's nicht verstanden. Ah, okay, jetzt, jetzt hab ich den krassen Schuss. Was für ein Schuss? Okay. Den. Ich war's aber in mein Ohr geschossen. So, okay. Was bringt ja nichts? Ist das jetzt so worth? So, ich glaub, die Dinger heilen einen. Ah, perfekt. Was geht? Wo bist du? Ich bin in den Kram runtergekommen. Ähm, Maxim? Ja? Wo bist denn du gerade? Strakade. 30 Meter von dir. Ich bin noch nicht so weit weg. Guck mal her. Wen hast du wieder gefunden? Schau mal, den da unten an der Wand. Ah. Du bist runtergesprungen? Ja. Ich spring da jetzt mal davor. Alter, du bist auf seinem Auge. Oh, es hat nichts gemacht. Äh. Papo? Ja? Ich glaub, ich hab halt etwas mit ihm gemacht. Aber ich glaub jetzt nicht, dass es klug war. Was hast du mit ihm gemacht? Oh. Er ist das nicht. Oh, der saugt ihn ein. Alter, delicious. Lecker. Das ist Godzilla, oder? Irgendwas komisches. Wir müssen safe. Immer so, dass er uns nicht sieht. Nee, wir müssen da runter. Oh, shit. Oh, der droppt halt die übelsten Grenades. Ja. Oh, way I've been dead. Lebst du noch? Ja, ich leb noch. Schnell. Schaffst du es zu mir? Okay, hat der, alter, die ganze Karte gesp... Oh, du hast mich erschossen. Das war, es war eine gute, gute Rettungsaktion. Okay, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen den slappen, bestimmt. Komm, wir slappen den. Okay, slappen. Slappen ist schwer. Oh, okay. Wir können die Explosionsdinge, glaube ich, zu ihr hin befördern. Einige Kreaturen können nur im Nahkampf und mit Takedown verletzt werden. Es kann sein, dass du dich dafür anschleichen musst. Aha, okay, pass auf. Oh, shit. Pass auf. Pass auf. Der wird jetzt gleich in den Scan-Modus gehen. Ja, okay, jetzt verstecken, ne? Genau. Okay, perfekt. Der versteckt uns, der muss noch den Stein links. Okay, warte. Links oder rechts? Jetzt, jetzt, jetzt. Hello there. Er hat mich nicht gesehen. Nee. So, der guckt jetzt bestimmt auf die andere Seite gleich. Jetzt verprügel ihn. Alter, ich habe ihn ins Auge gestochen. Geil.